Hallo, ich bin Sophie. Ich berate heute für die Hochschulinfo-Tage in Erfurt. Ich studiere Regelschullehramt, weil ich finde, dass man von der fünften bis zur zehnten Klasse die Kinder auf der echt entscheidenden Lebensphase begleiten kann. Genau, kommt gerne vorbei, lasst euch beraten, vielleicht wollt ihr dann auch Lehrer werden. Hi, ich bin Elisabeth und vielleicht kennt ihr mein Gesicht noch. Es war schon mal Teil der Kampagne von der ersten Reihe Thüringen. Ich habe also hier in der Uni JEDA Lehramt für Automatik und Chemie studiert. Ich habe 2017 angefangen, 2002 sind sie abgeschlossen und mittlerweile probiere ich sogar hier in der Chemiedidaktik in Jena. Und ja, nebenher arbeite ich noch vier Stunden an der Schule. Zwei Stunden Chemie, zwei Stunden Mathe und so kann es gehen. Das ist der schönste Beruf, würde ich sagen, den es überhaupt gibt, weil auf der einen Seite sagen sich viele, ich will was mit Kindern machen, auf der anderen Seite möchte man in der Fachlichkeit, egal in welcher Fachlichkeit sich verwirklichen.